Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Schinkennudelauflauf. Dieses Rezept des Schinkennudelauflaufs wurde von dem Berliner Schulsenator Klaus Böger übernommen. Für vier bis sechs Personen werden folgende Zutaten benötigt. 750 Gramm gekochte Spaghetti 150 Gramm gekochter Schinken Öl zum Einfetten der Auflaufform Circa 250 Gramm geraspelter oder geriebener Gouda, Schweizer oder Emmentaler 3 Eier 250 Milliliter süße Sahne Salz Frisch gemahlener Pfeffer Butterflocken Folgende Utensilien werden benötigt. Auflaufform Schüssel Zubereitung Auflaufform mit Butter einfetten Spaghetti Gekochten Schinken Käse Einen Teil des Käses übrig lassen für letzte oberste Schicht abwechselnd in die Auflaufform Schichten Eier und süße Sahne verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen und das Ganze über die Nudeln gießen Den restlichen Käse darüber streuen und mit ein paar Butterflocken belegen Bei Mittelhitze 180 bis 200 Grad Celsius etwa 45 Minuten im Backofen garen, eventuell mit Alufolie abdecken Als Beilagen eignen sich Eisbergsalat, Feldsalat, gemischter Salat, Insalater Mister oder Kopfsalat Etwa 300 Gramm blaschierten Blumenkohl beigeben Schwierigkeit leicht, Rezepte ohne Alkohol, Schinkenaufläufe, Nudelaufläufe Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung Zubereitung